Was ist Wasserstoff? Wasserstoff ist wichtig, um unsere Energiewendeziele zu erreichen. Denn wir brauchen grüne, gasförmige Energieträger zur Ergänzung des erneuerbaren Stroms und der erneuerbaren Energien und all unserer Maßnahmen, um den Energieverbrauch zurückzuführen, also Energieeffizienz. Und dafür ist Wasserstoff insbesondere als vielseitiger einsetzbarer Energieträger insbesondere zur stofflichen Verwertung in der Industrie unverzichtbar.